Leute, es gibt einen Hochzeitsfilter und nicht irgendeinen, sondern es ist eine Disney-Hochzeit. Ich würde sagen, wir schauen mal, wer die erste Braut oder der erste Bereutschiger ist von unserer Hochzeit. Christoph, ich würde sagen, dann ist es seine Braut Anna von Frozen, weil sonst wäre das ja irgendwie gemein, oder? Schneewittchen, das ist Betrug, das ist Betrug. Wer wird die beiden verheiraten? Peter Pan, ich glaube es ja nicht. Peter, ich liebe dich, aber das geht so nicht. Wir können so etwas nicht unterstützen. Wer ist das Blumenmädchen? Maui, ihr alle solltet euch schämen. Wer ist gegen diese Hochzeit? Welcher Ehrenmann? Jeder sollte gegen diese Hochzeit sein. Ursula. Eigentlich ist Ursula ja böse, aber in dem Fall hat sie sowas von Recht. Und wer wird aus dieser Hochzeit rausgeschmissen? Ich glaube, ich würde rausgeschmissen werden, weil ich mich so dagegen wehren würde. Stitch. Stitch, ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, aber gut gemacht. Etwa Rundforscht.